Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg, 2. Bundesliga 2023-2024, 9-10 Spieltag. Hansa Roskog gegen SV Elversberg, Ergebnis 2-1. Startelf, Hansa Roskog, Kolke, Lang, Hösink, Kreisbach, Kreisresbial, Wollwachs, Brüger, Bresel, Bachmann, Sinka, Bérea. Startelf, SV Elversberg, Christoph, Schicknick, Jekyll, Finan, Hermasch, Neubauer, Flauer, Sahin, Feil, Werner, Rochelt, Schnellbescher. Das war's von Hansa Roskog gegen SV Elversberg. 18 Uhr 3